Lolo, es ist schon lange her, da haben wir beim DFB-Kader so eine Reaction dazu gemacht. Ich finde es wieder toll aufbereitet, muss ich wirklich sagen. Einfach auf der DFB-Seite, der ganze Kader, trotz den ganzen Verletzungen, ist aktuell gehalten. Wie gehen die Spieler durch? Ich sage kurz ein paar Worte. Und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem DFB-Kader haltet. Man muss natürlich sagen, klar, durch die Verletzungen sind jetzt einfach Spieler da, die nicht da gewesen wären. Aber zum Beispiel im Sturm gab es ja zum Beispiel einen Neuling, der definitiv mitgekommen wäre. Egal, welche Verletzungen da gewesen sind und welche auch nicht. Aber wir starten im Tor mit Oliver Baumann. Der ist ja schon auch bei der EM dabei gewesen. Der war immer so, ja, ich sage mal, hinter Neuer und der Stegen in den letzten Jahren die Nummer 3 im Tor. Und ich bin sehr gespannt, ob er startet oder Alexander Nübel. Ich glaube sogar, ich kann mir gut vorstellen, dass Oliver Baumann den Vorzug bekommt erstmal. Oder Alexander Nübel. Die definitive Nummer 3 ist aber, wenn ich hier, ich kann ja nicht mit dem Falltesten weitergehen, no? Ich gucke jetzt mal, kann ich mit dem Falltesten weitergehen? Eigentlich dachte ich, ja jetzt geht's. Jonas, äh ja, Jonas, Jannis Blaswig. Ja, für mich definitiv die Nummer 3. Vielleicht bekommt er wirklich noch einen Einsatz gegen die Niederlande. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Er hat ganz ordentlich gespielt, ist ein Backup. Viele haben da auch nach Ortega geschrieben. Aber ganz ehrlich, es ist voll okay. Ich fand auch, klar, Stefan Ortega hat es sich auch verdient gehabt, eine gute Leistung. Aber der war jetzt auch vor zwei Jahren wirklich gut. Von Ortega rede ich gerade. Und Blaswig steht ihm da wirklich nicht viel nach. Also ich finde das voll in Ordnung. Und dann natürlich Alexander Nübel, der etwas jüngere Torwart. Der geht auch schon Richtung Ende 20 mit seinem Alter. Und ich finde, er hat sich gut gemacht. Im Stuttgart-Tor hat er jetzt eine wirklich auch gute Saison dort gehabt. Er hat jetzt nicht mehr so eine ganz solide Saison gespielt in den ersten sechs Spieltagen. Aber auch noch zu früh, um ihn zu bewerten, dass es nur eine Wundersaison war von ihm. Ich denke, wir können auch ihn einige Male im DFB-Tress auf jeden Fall bewundern. Aber ich denke tatsächlich, dass Oliver Baumann erstmal den Vorzug bekommt. Aber da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir Waldemar Anton. Nicht ganz so formstark bei Borussia Dortmund, wie beim VfB Stuttgart. Aber immer noch keine schlechte Saison. Da so krass muss man es nicht bewerten. Ich denke, er wird eher als Backup auch in die Mannschaft reinrotieren. Dann Robin Gosens erst, da David Raum verletzt ist. Er ist ja ein bisschen out of favor gefallen, nachdem er ja bei Union Berlin nicht so stark war. Wobei er, ich glaube, bei dieser Horrorsaison letztes Jahr, wo sie ja fast in die Relegation gerutscht waren. Was waren sie da? Ich glaube, der doch. Das war die Saison. Dann war da Robin Gosens noch der Topscorer bei Union Berlin. Er ist ja jetzt weg von Union. Ich denke, er wird einfach auf der Liegenseite starten. Wenn man nicht ihn hier mitnimmt, Benjamin Hendricks. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er auf der linken Seite startet vor einem Robin Gosens. Kommt dann auf den Gegner an. Vielleicht Robin Gosens eher gegen Bosnien für ein bisschen mehr Offensive. Und Hendricks dann nochmal ein bisschen defensiver für die linke Seite. Der Hendricks kann ja rechts und links spielen. So ein Allrounder ist so geil im Team. Er macht sich wohl super für die Teamdynamik. Deswegen eher wieder wichtig, dass er dabei ist. Ich denke wieder... Also freut mich einfach, dass der sich so reinspielen konnte in diese Mannschaft. Dann, klar, der Kapitän Joshua Kimmich. Rechtsverteidiger, denke ich mal. Vielleicht macht Nagelsmann auch was ganz Krasses. Aber er ist als Abwehrspieler gelistet. Und er ist einfach selbst als Rechtsverteidiger einer der Besten in Europa. Und das macht er einfach richtig stark. Deswegen für mich auf jeden Fall auch Gesetz für beide Spiele. Dann kommen wir jetzt nächstes zu Maximilian Mittelstadt. Er war ja nicht so gut während der EM, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Auch voll in Ordnung beim VfB Stuttgart. Er ist natürlich auch eine Option für Linksverteidigerposition. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Jetzt, wenn ich es gerade so sehe, denke ich sogar vielleicht eher, dass ein Mittelstadt wieder startet. Dass er auch ein bisschen Vertrauen sammelt. Und Benjamin Hendricks vielleicht als Rechtsverteidiger-Backup. Und Robin Gosens als Linksverteidiger-Backup. Also, dass Mittelstadt-Kimmich hier gesetzt sind. Aber, ja, da liegt Verteidiger mich echt noch sehr gespannt. Da haben wir jetzt einige Optionen, die wirklich voll in Ordnung sind. Antonio Rüdiger war ja geschont in der letzten Pause, in der letzten Länderspielpause, die er schon nach dem zweiten Bundesligaspieltag begonnen hatte. Spielt eine gute Saison, alles solide. Ich denke, er wird wieder gesetzt sein in den Verteidigungen. Neben nicht Nico Schlotterbeck. Ich denke, er bleibt erstmal hinten dran. Das liegt auch daran, dass beim BVB die Leistungen nicht so stark waren, wie in der Rückrunde, stand jetzt. Klar, Defensiveleistung liegt ja noch immer im System und so weiter und so fort. Aber ich denke, dass der Mann hier auf jeden Fall noch ein Wörtchen mitzuregen hat. Und definitiv noch vor Nico Schlotterbeck steht. Auch wenn Leverkusen nicht ganz so stark war. Ähnlich wie bei Dortmund in diesem Saisonbeginn. Aber immer noch, ja, einfach Rüdiger, Tahr. Das ist jetzt erstmal die Innenverteidigung. Aber Schlotterbeck ist da wirklich nur so ein Mühe hinter Jonathan Tahr dahinter. Das ist wirklich ein toller Zweikampf. Vielleicht wechselt es Nagelsmann auch so. Dass ein Tahr und ein Rüdiger starten. Und vielleicht ein Schlotterbeck gegen Bosnien spielt. Und dafür dann ein Tahr gegen die Niederlande. Irgendwie so. Aber vielleicht denke ich erstmal Rüdiger und Tahr gesetzte Innenverteidigung. Da im Mittelfeld Robert Antrich ist eigentlich nicht wegzudenken. So als Abräumer hinten. Aber der auch trotzdem noch gut am Fuß ist. Also darf man nie unterschätzen bei ihm. Er hat ja schon auch schöne Distanztore geschossen. Aber er kann noch gute Seitenverlagerungen spielen. Chris Führig ist dabei. Klar, wir brauchen auch Leute im Kader, die über den Flügel viel Tempo machen können. Jetzt wo ein Leroy Sané nicht dabei ist zum Beispiel. Und da ist er wichtig. Aber er ist nicht der Einzige, der über den Flügel kommt und sehr viel Tempo machen kann. Erstmal kommt er bei Pascal Groß. Super Saisonstart für Borussia Dortmund. Direkt Stammspieler. Eigentlich fast schon gefühlter Kapitän geworden. Bei der Mannschaft direkt nach seinem Transfer zum BVB. Ganz klar, ein guter Taktgeber, der noch zwei, drei Jahre bestimmt auf gutem Niveau drin hat. Und dieser deutschen Mannschaft in den Jahren des Übergangs von eben Toni Kroos, der zum Beispiel gegangen ist, ein bisschen Stabilität geben kann, die einfach wichtig ist. Viel Erfahrung, viel Stabilität, viel Klarheit in seinem Spiel. Wichtig, dass er da ist. Dann haben wir Leveling von Stuttgart verpflichtet. Apropos Tempo. Wir hatten es bei Führig jetzt Leveling. Wobei Leveling ja sogar eher nochmal ein bisschen zentrumsorientierter ist als nur auf dem Flügel. Kann aber beides spielen. Wieder ganz viel Topspeed. Das ist nämlich wichtig. Denn wenn wir hier mal ganz kurz die Spieler durchgehen. Anton, ganz okayes Tempo. Gossens, auch voll okay. Henrichs hat ganz gut Speed. Kimmich, ganz okay. Mittelstädt, okayes Tempo. Rüdiger, etwas schneller. Schlotterbeck, Thar, auch okayes Tempo. Andrich, naja, okay. Führig ist schon wieder etwas schneller. Pascal Kroos, definitiv nicht schnell. Und dann geht es halt los. Leveling, Topspeed. Als nächstes haben wir Pavlovic. Mittelfeld, gehört die Zukunft. Höchstwahrscheinlich beim DFB. Auch er ist nicht nur gut am Ball. Kann Bälle super verteilen. Hat eine sehr kreative Ader, die durch ihn durchläuft. Sondern er kann auch richtig gut, ich würde nicht sagen, abräumen am Mittelfeld sein. Aber die Zweikampfführung, die er hat, finde ich extrem, extrem stark. Da nicht zu unterschätzen. Und dann kommen wir hin mit dem nächsten Spieler mit wirklich Topspeed. Kevin Schade. Der ja damals bei Freiburg direkt mit ganz viel Geld in die Premier League gewechselt ist. Ich glaube, zu Brentford war das. Und der hat natürlich nochmal mit Leveling, nochmal richtig Speed über die Außen nach vorne. Dann Angelo Stiller. Für mich gefällt es sehr, dass er es endlich geschafft hat, auch wieder in die deutsche Nationalmannschaft reinzurücken. Er ist einfach auch so ein bisschen vom Spielertyp. Ist natürlich hohe Fußstapfen. Aber ein bisschen vom Spielertyp muss man schon sagen. Ist er fast schon dieser logische Nachfolger von Toni Kroos. Ähnliche Spielweise. Nimmt gerne auch mal den Ball zwischen den Innenverteidigern und treibt ihn nach vorne. Oder spielt dann die Seitenverlagerung oder den Vertikalpass nach vorne. Also Angelo Stiller, auf ihn bin ich so, 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 so sehr gespannt. Dann natürlich Florian Wirtz. Klar, Gesetz, muss man nicht viel sagen. Nicht ganz der extrem perfekte Saisonstart wie letztes Jahr. Aber von den Stats, die Florian Wirtz ja abgegeben hat, die Saison auch wieder voll okay. Hat schon Doppelpacks geschnürt in der Bundesliga. Also klar, der muss mit. Auch von Musiala, der leider fehlt. Auch von Mitmus, der momentan beste deutsche Torschützer, den es gibt. Jonathan Burka hat einfach Doppelpack gemacht. Sehen in St. Pauli. Super. Er hat so richtig, man merkt dieses krasse Gespür. Auch wenn er hier aussieht, als wäre er so 16 Jahre jung. Egal. Er hat so dieses richtige Strafraumgespür. Wenn ihr die Highlights gegen St. Pauli von Mainz nicht gesehen habt, schaut ihr euch mal an. Da sieht man richtig, wie der einfach dieses Gespür hat für die richtige Situation. So ein bisschen Manuel Müller. Ja, moin. Thomas Müller-Vibes. Toll, dass er dabei ist. Ich hoffe einfach mal, dass er eine gute Saison spielt, ohne verletzt zu sein. Dann ist Serge Gnabry auch wieder am Start. Auch wieder am Start? Ja, auch wieder am Start. Toller Saisonstart mit den Bayern. Eigentlich gehört er immer zur Nationalmannschaft dazu. Aber er gehört einfach zu dieser Generation. Auch mit einem Leroy Sané. Und auch dann bis vor einem Jahr vielleicht auch Joshua Kimmich, die einfach für den Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft in drei aufeinanderfolgenden Turnieren stand. Vielleicht kann er sich rehabilitieren. Bei Bayern macht er es auf jeden Fall sehr in Ordnung. Nicht überragend. Soweit will ich nicht gehen. Er hat auch schon viele Chancen wieder verhauen. Werden wir an die Spiele gegen Essen in Villa denken. Oder auch gegen Leverkusen. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber auf jeden Fall deutlich stärker. Und auch nicht mehr so verletzungsgeplagt. Bis jetzt. Wie in der letzten Saison. Deswegen er dabei. Dann, wo ich mich sehr freue. Tim Kleingdienst. Ein absoluter Neuner. Wenn Füllkrug nicht mitkommt, brauchen wir einfach wieder einen in dieser Position. Und deswegen Tim Kleingdienst. Super, super wichtig, dass er da ist. Ich bin sehr gespannt, wie seine Rolle da sein wird. Und natürlich Dennis Undorff. Rekordeinkauf vom VfB Stuttgart. Er einfach auch einen sehr guten Saisonstart. Schon so viele wichtige Punkte gemacht. Auch fast was gegen Wolfsburg meine ich. Last Minute. Ich glaube das 3 zu 3 dann geschossen noch. Also wirklich auch Punkte. Dem VfB Stuttgart erkämpft. Er kämpft und mit seinen Toren erzielt. Richtig wichtig. Und damit haben wir den Kader. Ich sage mal, meine 3 Spieler, wo ich denke, dass die nicht so einen großen Impact haben werden. Beziehungsweise wo wir denken, ja gut, die sind halt dabei. Aber die sind halt irgendwie auch nur so dabei. Irgendwie. Keine Ahnung. Da denke ich einmal, die Torhüter nehme ich mal raus. Weil da spielt halt in der Regel eh immer nur einer. Ich denke, Groben Goos ist so einer. Vielleicht täusche ich mich. Aber ich glaube, Groben Goos ist halt ein Linksverteidiger Nummer 2. Und Hendricks kann auch sonst auf die linke Seite rücken. Ich glaube, er wird nicht so eine große Rolle spielen. Das gleiche Geld für Waldemar Anton. Ich denke, die beiden werden einfach nicht so viel machen. Und dann noch ein dritter Spieler, wo ich denke, der wird einfach nicht so viel Einsatzzeit bekommen, ist... Wo sind wir? Wo sind wir? Ah, ich bin viel zu weit. Bin ich komplett drüber gegangen. Ist Jamie Leveling. Ich denke, er wird seine Einsatzzeit bekommen. Weil warum sollte Nagelsmann ihn mitnehmen? Und dann... Er hat ein bisschen mies, wenn er dann nicht sein Debüt bekommt. Aber ich denke, Leveling und deine Verteidigung, Goos und Anton, das sind die drei Spieler, die nicht so viel Einsatzzeit bekommen werden. Und jetzt noch drei Spieler, wo ich denke, die bekommen ihre Einsatzzeit und werden auch da richtig überzeugen können. Und natürlich, klar, ich werde jetzt nicht Rüdiger oder Kimmich nehmen, das sind die Gestandenen, sondern Leute, die vielleicht auch neu dabei sind. Da ist für mich auf jeden Fall Tim Kleidens dabei. Ich denke, wird überzeugen können. Das gleiche gilt für Serge Gnabry, der nach langer Zeit endlich mal wieder dabei ist. Ich denke, Tim Kleidens und Serge Gnabry, die werden richtig gut abreißen. Und der nächste Spieler, den ich hier habe, ich habe überlegt, Kevin Schade, Pavlovich, klar. Aber ich glaube, Angelo Schiller. Ich glaube, Angelo Schiller wird das richtig gut ausfüllen, diese Rolle. Wird, denke ich, auch mal seine Einsatzzeit bekommen. Ich hoffe es zumindest. Und deswegen sind meine drei Spieler, die sie gut überzeugen werden, die man, ich will nicht sagen, nicht im Blickfeld hat, aber wo man nicht weiß, ob sie wirklich gut oder schlecht oder kriegen sie vielleicht nur zwei Minuten nicht. Und deswegen Kleidens, Gnabry und auch Angelo Schiller werden, ja, gute Länderspiele machen. Und dann jetzt habt ihr gefragt, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kader findet, welche Spieler ihr vielleicht gerne gesehen habt. Und schreibt mir gerne eure Top 3, ich sag mal, Flop-Spieler des Kaders und eure Top 3 Top-Spieler dieses DFB-Kaders für die zwei Länderspiele in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.